Dieser junge Mann sieht aus wie 16, sagt aber er wäre 23 und raucht angeblich seit dem sechsten Lebensjahr. Zerstoßene Kaffeebohnen werden mit kochendem Wasser aufgebrüht, wobei ein Bambusrohr als Tasse dient. Das Bambusrohr ist in der Mitte geteilt. In der Mitte befindet sich ein Sieb. Das heißt, die Kaffeeessenz wird durch das Sieb in den unteren Teil durchlaufen. Man kann den Kaffee mehrere Male nachgießen, sodass man also durchaus mehrere Tassen aus einem Aufguss bekommt. Zwischendurch wird auch nochmal etwas umgerührt, damit sich das Kaffeemehl gut verteilt und durchziehen kann. Und dann wird serviert. Zunächst die erste Tasse, indem man eine zweite Tasse zur Verfügung stellt. Den oberen Teil einfach auf die zweite Tasse stellt. Die erste Tasse kann man dann schon verkosten. Ja, und das Ergebnis ist eigentlich sehr wohlschmeckend. Kräftig und herb im Geschmack, aber gut. Kräftig und babbindenlszertratz. und